Kasai Jean Stoney MBE ist eine englische Fußballspielerin. Die Abwehrspielerin steht beim Arsenal LFC unter Vertrag und war eine Zeit lang Kapitänin der englischen Nationalmannschaft der Frauen. Karriere Stoney debütierte 2002 für Charlton Athletic in der FA Women's Premier League. Mit Charlton gewann sie 2005 den FA Women's Cup sowie 2004 und 2006 den Liga-Pokal. Nachdem Charlton 2007 seine Frauenmannschaft unter kontroversen Umständen auflöste, wechselte Stoney zu Chelsea. Von 2011 bis 2013 spielte sie für die Lincoln Ladies. Zur Saison 2014 der FA WSL kehrte Stoney zum Arsenal LFC zurück. Im August 2000 debütierte Stoney in der englischen Nationalmannschaft bei einem Spiel gegen Frankreich. Sie nahm an den Europameisterschaften 2005 und 2009 sowie an der Weltmeisterschaft 2007 teil. An der WM 2011 nahm sie ebenfalls teil. Sie kam zu vier Einsätzen bei der WM in Deutschland und hat nun zusammen mit vier anderen Spielerinnen mit acht WM-Einsätzen die meisten WM-Spiele für Englands Frauen bestritten. Am 4. März machte sie im Rahmen des Zypern-Cups bei der 0-3-Niederlage gegen Frankreich ihr 100-Länderspiel. Stoney war Spielführerin der britischen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen, die an den Olympischen Spielen 2012 teilnahm und im Viertelfinale gegen Kanada ausschied. 2013 gewann sie mit England den Zypern Cup und stand im Kader für die EM 2013. Dort kam sie in allen drei Gruppenspielen zum Einsatz. Schied mit ihrer Mannschaft aber bereits nach der Vorrunde aus. Am Zypern Cup 2015, den England zum dritten Mal gewann, konnte sie aufgrund einer Verletzung nicht teilnehmen. Sie wurde dann aber für die WM 2015 nominiert, sie bestritt aber nur das Gruppenspiel gegen Kolumbien über die volle Spielzeit. Im Viertelfinale gegen Kanada wurde sie in der Nachspielzeit eingewechselt und im Spiel um Platz drei, bei der ihrer Mannschaft erstmals ein Sieg gegen Deutschland gelang, in der Verlängerung als es bereits 1 zu 0 für England stand. Durch den Sieg konnte England erstmals nach dem WM-Titel der Männer 1966 wieder eine WM-Medaille gewinnen. Privatleben Stoney lebt offen lesbisch in London. Am 9. November 2014 brachte ihre Partnerin Meghan Harris Zwillinge zur Welt. Erfolge Stoney lebt den Menschen aus dem WM-Titel des 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 WM-Titel. Erfolge